hallo zusammen hier ist wieder euer gotti und heute zu einem thema das eigentlich ärztinnen unbeliebteren gehört wagentraining und das obwohl viele von euch trotzdem starke wagen gerne haben möchten und diese beneiden wenn sie die bei leuten sehen vor allem weil man sie recht oft sehen kann egal wie verkleidet man auch obenrum ist und zugedeckt die wagen kann man sobald man kurze hose hat sehen lassen und das sieht immer eindrucksvoll aus aber viele schieben es dann vor allem auf die genetik wenn sie diese nicht haben kommen damit leicht davon und das war's dabei stimmt das auch nur zum teil ja es gibt leute die haben eine prädispositive veranlagung dafür dicke arme zu bekommen einen dicken trizeps zu bekommen einen schlanken trizeps einen hohen bizepshugel und so weiter das stimmt alles da kann man nicht aus jemanden der die genetik eigentlich hat er dünnere arme zu haben jemand zu machen bei dem sie am stärksten sind aber dicke arme kriegt er schon und dicken wagen sollte eigentlich auch jeder bekommen es ist nun die frage wie und da sind die meisten einfach nicht besonders geduldig und auch experimentierfreudig was beim bodybuilding oft einhergeht und heute kümmern wir uns genau darum die meisten haben dann die logik die interne logik die wagen sind nun mal ein muskel der den ganzen tag einen dauertonus erfährt der muskel im körper der tatsächlich so ziemlich am meisten im alltag mit beansprucht wird bei jedem schritt beim aufstehen und so weiter die balancieren tatsächlich uns aus und sorgen auch für die fußstellung unten und damit sind die immer ein bisschen dabei ergo denken sich die meisten okay die sind tausende von wiederholungen gewöhnt also muss ich sie mit vielen wiederholungen versuchen zu schocken könnte es aber genau umgekehrt sehen die sind schon diese vielen wiederholungen den ganzen tag und das ganze leben gewohnt wieso jetzt nicht mal schocken mit wenig wiederholung und hohem gewicht und genau das werden wir heute mal machen ich möchte euch mal dazu ermuntern es mal ganz gegen die läufige meinung zu versuchen und wirklich so zu trainieren wie wir das auch beim rücken oder bei der brust aufmachen sechs bis zehn wiederholungen sehr schwer ein wenig reißen dadurch nicht die ganze range of motion hinbekommen aber noch mal mit intensiv wiederholungen nachsetzen und glaubt mir probiert es ein zweimal aus nur vier sätze mehr braucht ihr nicht vier sätze das machen wir heute und ihr werdet ein erstaunliches gefühl haben wenn ihr das richtig macht ich mache das hier im waden heben sitzend passt sehr gut warum hier können wir am meisten nachhelfen ihr seht diese griffe hier die sind nicht einfach nur dazu da dass man sich stur festhält nein die kann man hervorragend benutzen um ein wenig nachzuhelfen indem man hier dann später etwas zieht mit dem körper nach hinten dadurch hilft man natürlich bei der aufwärtsbewegung lässt es dann wieder los beim abwärts senken und hier machen wir das gleiche was wir schon gelernt haben die negative werden wir langsam nach unten lassen dann können wir gerne auch explosionsartig achtung nicht zu wörtlich nehmen nicht mit zu viel schwung aber relativ zügig nach oben gehen war wieder ein piek ein bisschen und gehen langsam runter unten leicht in den stretch gehen auch das ist hier eines der geheimnisse und ganz wichtig dabei aber auch nicht zu sehr wir müssen es nicht übertreiben dennoch mit in den stretch reingehen und dann versuchen wir mal einiges abzureißen soll ich habe jetzt hier sehr viel gewicht drauf getragen das sind 70 kilo das ist schon eine ganze menge für mich und jetzt werde ich mal den ersten satz machen brennt ich spüre es ordentlich so ihr habt gesehen ich habe zum schluss ein bisschen nachgeholfen habe dadurch noch mal fünf wiederholungen mehr rausgeholt und ihr werdet es direkt danach spüren und sicherlich auch am nächsten tag ihr habt auch gesehen dass ich hier schon eine variation eingeführt habe eine bestimmte technik der ich die erste hälfte gemacht habe kurz gestoppt habe inne gehalten und dann den letzten teil gemacht habe das macht man bei so manchen übungen kann man das mal benutzen als variation um die die bewegung und den schwung rauszunehmen und noch mal viel kontrollierter in die peak contraction in die in die oberste kontraktion zu gehen und das ganz besonders bei den waden wird recht häufig gemacht funktioniert dabei ganz gut ich habe es jetzt mal als intensitätstechnik mit eingebracht und dann natürlich nachhelfen davon mache ich jetzt ganze vier sätze das schauen wir uns dann mal mit an und mal sehen wo wir da hinkommen eine variation könnt ihr tatsächlich mit reinbringen je nachdem wie ihr die fußstellung hier habt da könnt ihr zum einen die pronation und supination gehen also die 10 etwas mehr nach innen zeigen oder nach außen benutzen oder auch breiter aufstellen und enger das kann ein wenig mehr den äußeren oder inneren kopf des des der der waden muskulatur betonen aber bei den meisten von euch wird es keinen großen unterschied machen außer vielleicht wieder wie ihr den die wade auch aktiviert und wie komfortabel sich das für euch anfühlt also macht daraus auch nicht zu großen hokus pokus was effektiver ist und was gebraucht macht es so wo ihr am meisten spürt und dann ist gut und dann ist gut und dann ist gut so und dann ist gut Oh Was ihr jetzt mal versuchen könnt, trainiert mal für ein paar Wochen, wo ihr das ausprobiert. Die waren nur so. Ein bis höchstens zweimal die Woche. Bloß nicht auf diese Art viermal die Woche jetzt trainieren oder so. Das kann man mit den vielen Wiederholungen machen, wie gesagt, weil man da auch meistens nicht ganz bis zum Ende geht. So hart, höchstens zweimal die Woche. Das können die Wagen meistens ab und auch nicht viel. Vier bis höchstens. Höchstens sechs, acht Sätze. Zwei verschiedene Übungen könnt ihr machen. Ich mache tatsächlich dann immer nur eine und das mit dieser Intensität, aber das dafür dann zweimal die Woche. Ansonsten, wenn ihr acht Sätze macht, reicht es vielleicht sogar einmal die Woche. Wie gesagt, die sind sonst dabei und das verhindert zumindest meistens auch starke Kataboleprozesse. Deswegen empfehle ich euch jetzt auch erst einmal, damit ihr wisst, wie das Training generell ansetzt. Macht dieses schwere Training mal nur für die nächsten vier bis acht Wochen. Denn wenn ihr das jetzt schon mischt mit dem anderen Training, mit vielen Wiederholungen, dann wisst ihr vielleicht nicht ganz, woran es liegt. Aber wenn sie dann natürlich wachsen, merkt ihr, oh, okay, die Mischung macht es alleine. Aber ihr wisst noch nicht, wie wäre es, wenn ich die nur schwer trainiere. Und was ihr da nochmal machen könnt, ist, wenn ihr sie schon zweimal die Woche trainiert, einmal wieder mit relativ vielen Wiederholungen. Auch da übertreibt nicht. Macht dann sowas wie 15 bis höchstens 25, 30 Stück. Bloß nicht mehr. Das könnt ihr dann gerne einmal machen. Und das zweite Mal in der Woche diese um die sechs bis zehn Wiederholungen mit Intensitätstechniken. Und das wäre eine Mischung. Aber ansonsten, wie gesagt, versucht es erstmal jetzt richtig hart und schwer. Nun ja, wem dieser Tipp gefallen hat und wem es wirklich was gebracht hat, Daumen hoch. Ich möchte auch von euch wissen, bitte in den Kommentaren, habt ihr es mal ausprobiert, wie war euer Gefühl danach? Direkt danach habt ihr es euch anders gefühlt als sonst beim Wadentraining? Waren sie aufgepumpt? Fühlt es sich wirklich gut an? Wie fühlt es sich in den nächsten Tagen an? Und natürlich wäre es geil, wenn Leute dieses Video noch sehen oder sich daran erinnern, in drei, vier Wochen und mal ihre Erfahrungen hier drunter schreiben. Das ist ganz besonders wichtig für diejenigen, die natürlich später das Video sehen, wenn es nicht direkt rausgekommen ist und auch gerne mal Feedback haben möchten, hat es bei euch funktioniert oder nicht. Selbst ich bin gespannt, weil ich weiß noch nicht, ich habe es noch nie erhoben, eine Feldstudie draus gemacht oder auch dazu gehört, wie viele Leute wirklich auf das schwere Training besser reagieren oder auch nicht. Ich reagiere ganz gut drauf und mir macht es auch noch zusätzlich Spaß. Nun dann, schaut euch auch mal auf dem Kanal um. Nach anderen Videos abonniert ihn, wenn es euch gefällt, was ihr hier seht. Und ansonsten schaut auch gerne mal bei Protein Arena vorbei. Wenn ihr 15% sparen wollt bei euren Supplements, einfach Gotti15 als Code eingeben. Das war es von mir. Macht es gut. Bis bald, euer Gotti. Bis bald, ich bin. Bis bald. Bis bald. Bis bald. imCast. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.